Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de Ja, ich bin Tobi Mahler von FC Heisenrad Goldstein, Stürmer und wir tippen heute den 17. Spieltag. Servus, mein Name ist Florian Peruzza, Co-Trainer vom FC Heisenrad. Wir fangen auch gleich an mit dem ersten Spiel. Viktoria gegen Weiß-Blau. Ich denke, das wird eine eindeutige Nummer für die Weiß-Blau. Was denkst du für den Spielstand? 6-0 für Weiß-Blau. Leider Gottes, aber... Dann das zweite Spiel, Concordia 2 gegen Germania Engheim. Das ist schwer zu sagen. Ich denke, es wird vielleicht so ein unentschieden, so ein 2-2. 2-2 ist gut, ja. Dann das dritte Spiel haben wir Bornheim 2 gegen Olympia 07. Auch klare Sache. Ich denke, da sind wir uns einig, dass Bornheim das Rennen machen wird. Sagen wir 4-1. Ja, kommt hin. Dann unser heutiger Kontrahent der SC Goldstein empfängt den SV Sachsenhausen. Ich würde da eher Sachsenhausen den Sieg zusprechen. Jetzt im Voraus vielleicht so ein 1-3. Ja, genau. Schlechter Platz. Nehmen wir ein 1-3. Das ist gut, ja. Dann das nächste Spiel ist Jutz Fechenheim gegen Seckbach 0-2. Ja, da können die Jutz Fechenheim mal wieder gewinnen. Ich denke mal, die werden wieder mal gewonnen. Die haben auf jeden Fall brutale Offensivqualität, die Fechenheimer. Ja. Bei ihrem Heimspiel, sagen wir mal. Vielleicht so ein 3-2. 3-2, ja. Dann haben wir Preungesheim gegen Scherkeftin. Da geht der Tipp auf jeden Fall raus an Preungesheim. Ist wahrscheinlich auch nicht zu undeutlich. Vielleicht so ein 4-1 oder 4-1. 4-1, ja. 4-1 ist gut. Ja, und als letztes Spiel des Spieltags haben wir VfL Germania 94 gegen FC Heisenhard Goldstein. Da gehen wir auf jeden Fall selbstbewusst an die Sache ran. Ja. Wenn wir an die Leistung der letzten Spiele anknüpfen können, jetzt heute vielleicht mal ausgeschlossen, denke ich, dass wir da die drei Punkte einfahren werden, auch als Gast. 4-2 sag ich. Machst du vier Dinger, ja? Drei. Einen lege ich auf. Das ist klar. Vielen Dankeschön. Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps.